Hallo liebe Tiefse Freunde zu einer neuen Ausgabe von Sonic the Hedgehog bei Sonic Origins. Wir spielen die nächste Zone und zwar die Labyrinth Zone und jetzt muss Sonic ins Wasser. Eine meiner Lieblingssequenzen, wenn er nach Luft schnappt. Nebenbei müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht hops gehen. Wir sehen hier keine Profis, sondern wir machen das alles nur just for fun. Das letzte Mal als ich das gespielt habe, ist 30 Jahre her. Damals als Teenager, jetzt nochmal als Revival sozusagen in HD und in 16 zu 9. Hast du dich gesehen? Ah! Genau, das meine ich. Achtung! Ach, schade. Wollen wir Loot stoppen? Genau. Dieses Geräusch meine ich. Er schafft. Das war jetzt zu jeder, als ich die dritte auf jeden Fall beden muss. Er ist die dritte. Ich war jetzt nach Druck an einen Gerät und viss mich auf einmal auf meinem producción. Das war jetzt hier, wo das sie auch nach dem Gerät liegen. Ich war jetzt mit mir schade. Du bist doch gespielt, was ich auch nachdem, die Räume loszudekund ist. Da bist du immer bei der Räume ab. Das war die Räume auf. nein da war die falle gemein zum zweiten mal hängen geblieben an dem ding das gute ist bei sonik origins wir haben unendlich viele leben das heißt wir können nie hops gehen sozusagen und fangen immer wieder da an wo wir zum letzten mal einen checkpoint erreicht haben ob das luft da geht Das Ding. So klar, dass sie hängen bleibt. Was ich jetzt. Immer schön nach Luft schnappen. Böse Feigen hier. Oh. Achtung. Na komm. Quips. Luft schnappen. Komm komm komm. Nein. Oh, Glück gehabt. Puh. Knapp. So, Vorsicht. Ah. Ah, ich muss hoch. Geht es nicht. Da ist eine Laterne. Sehr gut. Nächster Checkpoint. Das ist jetzt gefährlich. Nächster Checkpoint. Jetzt hoch. Aber ganz schnell. Na. Vorsicht. Blödes Ding. Schwierig. Achso, wir müssen runter. Auf geht's. So, jetzt müssen wir aufpassen. rein. Der erste, glaube ich, geht oben drüber. Nein, geht nicht oben drüber. Alles gut. Ah. Jetzt haben wir keinen Ring mehr. Vorsicht. Der war knapp. Oh Gott. Oh Gott. Ich schenke das Wasser. Nein. Wir haben Zeit. Weg. Irgendwann werden wir schon mal ankommen. hier. Die erste Zone übrigens, ne. So, jetzt kommt. Dann schießt der, ist die Frage. Jetzt schießt der. Achtung. Da hoch. Ring. So scheiße. Ja. An der Stelle hängen bleiben ist eigentlich jetzt nicht so überragend. Soll ich jetzt. Ich habe ne Idee. Nee, geht nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir machen das anders. Wir werden jetzt da mal hochfahren. So, jetzt schießt er gleich gleich, oder? Jetzt schießt er gleich gleich, oder? Ja, bitte Achtung. Jetzt noch mal. Und jetzt müssen wir da rüber. Stopp. Jetzt müssen Sie aufpassen. durch. Versicht. Schnell hier hin. Luft schnappen. Ich sag's euch. Okay. Dieses Spiel hat's schon in sich. Sieht leicht aus, aber kannst nur empfehlen, selber zu spielen. So, muss jetzt da rüber, oder nicht? Ach, da drüben, glaub ich, gibt's zum, ist die Stage zu Ende. Ah, da kommt man von da raus, okay. Gut. Also, haben wir den ersten Abschnitt erreicht. Ja. Uiuiuiuiui. Ich weiß, es geht besser. Zack, zwei. Und jetzt geht's ab. Vorsicht. Äh, genau. Das brauche ich. Aber lieber Luft. Sauerstoff. Langsam. Habe ich noch gedreht. Blödes Ding. So. Oh. Da kommt ja auch hin. Vorsicht. Klack. Ja, da war der Knopf. Ah, noch eine Alternative. Ich geh jetzt mal um weiter. Komm, hopp, go, go, go. Vorsicht langsam. Aua! Ich muss so weg, ich muss so hoch. Ich brauche Dings! Blase! So schnell warten, bis die Blase kommt. So, auf geht's! Okay, zweiter Akt abgeschlossen. Und der letzte Akt in dieser Zone. So, da geht's da weg, genau. Ja, manche Sachen bleiben noch im Hinterköpfchen. Hä? Ja, okay. So eine Blase! Da ist eine. Also klar. Da sehe ich keine Ringe mehr. Na komm! Ich brauche eine Blase zuerst. Bitte komm! Komm! Bäh! Bäh! Diese Stacheln auch nicht ohne. So, ohne Druck! Okay, fertig! Okay, fertig! Okay, fertig! Ich versuche die. Mach ich fertig! Rüber. 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 Rüber bitte. Luftblase. Luftblase. Scheiße. Mein Freund, oder? Ja. Okay. Und rüber. Ah ja, du bist so zuerst da rüber, oder? Das würde ich mir vorschlagen, genau dahin. Jetzt sind die extra Punkte. Das war vorhin nämlich nicht gemacht. Stopp. Oh. Oh. Ah. Blase. Oh. 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 Danke. Schön ausgeregt. Okay. Klapp für den. auch bedienen die atmen luft Okay. Noch mal. Sehr gut. Oh, wunderbar. Sehr schön. Guck mal. Nein, 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 nein. Blase. Junge, Junge. Nochmal Blase. Junge, Junge. 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 Ich kann es nicht mehr so bringen. Hey, komm. Vorsicht! Das weiß nicht. es gibt ja keine glasen so für alle und befreit das war es die labyrinth zone gemeister juhu wenn es euch gefallen hat dann einen daumen da lassen ein abo nicht vergessen dann verpasst ihr keine folge mehr von sonyx the hedgehog da kommen noch einige keine panik und dann geht es in der nächsten folge weiter und zwar genau an dieser stelle ich sage danke und bis zum nächsten mal tschüss